herzlich willkommen zu sims 2 unsere beiden haben hier ja gerade noch ein täglich hinter sich gebracht und nun sind sie schliefricht sie ist schwanger deswegen habe ich auch schon ein bisschen bb equipment hingestellt sie hat hunger ziemlich viele bedürfnisse teller nehmen noch geschlafen ich habe nicht geschlafen muss essen das wichtig nicht mehr gerade ledig abspült so und dann hat sie ja einen extremen handrang gehen wir mit ihr auf die letzte was haben wir noch für probleme energie handrang umgebung ist okay und hat sie noch dann sollte sie auf jeden fall nein 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 snack knapp an die sich kein essen zu haben das haben wir damit zu bereiten zu bereiten einzelne mal gruppen machen gruppen mal müßlich süßlich ist gut aber müßlich klappt jetzt was anziehen können junge dame hat die frauen immer hier ja hier dafür aber auch schon bereit zum tüpfchen der oder sind wir noch weit entfernt das wird jetzt ein baby sein das ist eine toilette müssen nicht zugucken oder auf computer gerade hallo das was vergessen hände waschen das ist doch nicht dein ernst hier du kannst doch nicht hier essen kochen und dann den händen nicht gewaschen haben erstmal hände waschen ja ach man die frau echt doch kein benehmen und dann umziehen bitte umstands mode umstands mode so und dann weiter zu bereiten so hopp alles klar pass ok grüßt hier gesott genau du hast sogar servieren abspüren zuerst mal rufen dann Haushalt ne du wirst jetzt nicht da hoch du wolltest einen teller essen ja oh man die macht mich fertig die frau oh Gott man 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 über das her noch ist geschlafen schon er hat auch noch keinen hunger so wenn du fertig bist schlüsseln ja ne aufräumen ne ne nicht sehr gut beschleunigen wir mal ein bisschen das reicht gar nicht aus hier die hat es auch noch auf essen essen es auch noch auf und dann äh abspüren ich spüle das tatsächlich ab aha ich hatte die Fakte aus dem Kühlschrank das gehen wir scheinbar gar nicht weil zum Zweck geht das wohl nicht ne okay das ist ja doof sehen wohl sie cool aus oder das kann sie auch noch essen okay beschleunigen wir jam 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 und dann kommt sie ab und dann kann sie hochgehen wieder schlafen hey da drückst du nicht schlafen so hier aber hier so schlafen äh entschlafen natürlich na so der schlaf wird schön laut dass sie dabei schlafen kann so ne der Jockelsteiner so okay Familie Steiner ist wieder am schlafen wunderbar so oh wie süß schön oh draußen schneit es das ist richtig schön denn so richtig gut schlafen mhm schön huch was los ist hier schon auf ah er ist ausgeschlafen und sie ist noch dicker geworden aber schlafen noch ein bisschen ach so schlafen schlafen lass mich noch schlafen oh so er geht mal runter er geht auf die Toilette ist klar das passt schon aber sie soll ruhig noch ein bisschen schlafen ne die sammeln ne das war halt so weit ob es nur dieser weiß ich nicht steh ich bin da ja fleckl ich bin so ein verkehrt so na das war wenn du was was auch noch da fände ich bis zu säubern so umziehen alltagsklider dann gönn dir mal einen Kaffee du hast ja ja nicht so einen großen jetzt wollen wir da nicht so sehr angehen das Thema so kurz vergeser schön Kaffee gute Idee ich muss auch was trinken Moment ja so gut kein Kaffee aber Schlockola tut es auch so oh der hat schon tatter er sollte vielleicht das lassen aber Kaffee sollte er nicht trinken schon so tatterig jetzt so ein bisschen Kaffee so äh abspüren so ähm das ist so guter besser und ein schöner Sprudelbad nehmen entspannen einfach Sprudelbad nix schönes Sprudelbad so eine Funktion hat meine Badewanne jetzt hier raus so leider nicht na gut wie sieht es auch mit ihr aus wird schon wieder Hunger aber ausgeschlafen ist hier noch nicht okay so äh Bade alles klar beschleunen wir mal die ganze dann ist auch schon wieder sauber und dann kann ich eigentlich ein Abendessen Serviersüßigkeit Frühstück äh Frühstück servieren Müsli Fertiggericht na super große Auswahl für Müsli oder Fertiggericht mhm ja Müsli aber oh man der kann ja gar nix muss er das erstmal lernen das kochen oder was ist da los hätte ich hier drauf klicken müssen Nö, keine Aktion verfügbar Okay Oder müssen wir erstmal einkaufen Snack, Knappe, Süßigkeiten, Essen, Frühstücken Essen, Vorräte prüfen Das können wir auch nochmal Essen, Vorräte prüfen Da genug haben Dann sollte er auch was essen Ach, der isst schon mal Essen Das war mal essen, brauchst du ja nicht Das ist gut Ich muss nicht für zwei essen, aber ich kann nur essen Genau, ich steh mal auf Und komm mal essen, hier, essen Brauchst essen Richtig, ich muss essen für zwei Ja, sollen wir ja nicht, ne Das ist ja irgendwie Quatsch Ne, schwangerer, der zwei essen muss Ein bisschen mehr essen werden die, natürlich Und ich für zwei So Huh, Füße Riesenfüße Oh, ihr Bauch sind richtig mächtig Das wird ein Elefant Riesen Teil, ja So Haben wir hier zusammen frühstücken Herrlich Hier sind die Vokale Sehr schwer angetan Dann sind wir schon wieder fertig Okay Wie weit ist der denn mit seinem Hunger? Okay, dann kannst du ja abspülen So 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 Putschers importieren Mal eine Schlüssel nehmen Hier Die jetzt nicht so ganz alleine ist Die wird wahrscheinlich auch noch mal einen zweiten Teller essen Und vor allem können wir ja nur wegschmeißen Wir können ja nicht so einen Kühlschrank davon stellen Funktioniert bei Sims 2 anscheinend nicht Wollen wir vielleicht mal in ein Kino gehen? Hm Und dann kannst du ja nochmal eine Schlüssel nehmen Da kannst du ja noch was ab So Na und da Gucken wir mal, dass es soweit ist Mal sehen, dass hier mal schön Das Essen hat Sauber machen So Für gute Namensäre Oh, ich nehme noch eine Schlüssel Da ist noch Hunger, sehe ich Geht noch was Hm, der Schlafanzug sieht langweilig aus Mal gucken, was ist ein anderes Plan für sie, ne? Schleidungsmäßig Was ist denn? Jetzt lässt man ja nicht planen, wie Plan für sie Was das, wer jetzt das getan hat Wir müssen warten, bis sie, äh, das Bibel los ist Damit wir Hier planen können, wie normal ist So, mach das alleine weg Erst mach das alleine weg Herrlich Wenn ich heiße, geht doch So, sie muss auf Toilette Äh, benutzen Und dann säubern Und Und dann ein schönes Bad nehmen Säubern Mach ich auch noch was säubern Und dann ein Sprudel-Bad nehmen So So Er macht auch schön säubern Der schon Alles gut So Okay Macht sie es weg Oder muss er das wegmachen? Er muss es wegmachen Er macht das weg Jupp, er macht es weg Alles klar Ja, Gentleman Alles klar Von mir gelernt Oh, ich kann mich gar nicht im Spiegel sehen Wieso kann ich mich nicht sehen? So Ja, das ist ein großes Geschäft Äh, du kannst da nicht rein Achso, das kommt hoch Ja, das ist okay Das kannst du machen Was spielst du denn jetzt? Da Chattest du einfach nur ein bisschen Gucken wir mal Schwarzes Bild Äh, ein Papier ausgemacht Ja, warum? Fettmeld Fotos bestellen Fotos bestellen Was kann man denn da machen? Ach, das ist die jetzt Oh, hier falsch Ach ja, falsch, falsch Ja, jetzt So Wuhi Mh, was? Mehr E-Mail checken Job suchen Witzelbestände Das stört nicht Was ist denn da für ein Bild hängen? Ja Ich erst mir eben zum Mittelbestell Ja, das ist fast leer Okay, das muss wieder aufgefüllt werden Haben wir genug Geld? Ja, wir haben genug Geld Haben wir voll macht, bitte Dankeschön So So, was haben wir denn noch Schönes? Mehr Internet-Recherchen über Fotos bestellen Schöne mal Fotos Das kann man da machen Fotos bestellen Was passiert da? Also, keine Fotos da Oh, wie schade Naja, keine Fotos Wie schade, aber kein Fotos Urlaub, Geschäft Geschäft Zuhause öffnen Ja, wir haben wir mal Geschäft zuhause öffnen Ich muss nur noch zusätzlich Geld verdienen Würdest du gerne zuhause ein Geschäft mit Schöne als Inhaber öffnen Wenn du ein Geschäft Auf einem Gemeinschaftsgrundstattel öffnen möchtest Wähle am Telefon oder am Computer Immobilien Nein Nein So, ähm Ist er schon da? Warte, wo, äh, wo er nicht lieben? Ah Einbring Willst du noch essen? Abschübeln Abschübeln Hm Okay Die vom anderen Ja, ich komme durch Komm, ja schon Wenn wir umziehen Schön Fliegenschmetter, der muss sich Stig anziehen oder Schmetterlinge fliegen da rum Ja, interessant Na, Zahlungsjunge Das bringt doch schon die neue Zahlung Und ist die schon wieder alt Und kann die recycelt werden Ach nein, Stress Was macht der denn jetzt? Einbring, achso, ach, ein Korin So So, sie ist dann frei Und sie kann dann hier Nein, aufräumen Hm So Einbring, Jobsuchen, Teile lesen Nee, so Man muss ja in Arbeit Man muss auch einfach mal arbeiten müssen Er hat am Wochenende Wochenende hat er Das muss am 11 Uhr normalerweise arbeiten Und sie Unterzeit 2 hat auch Wochenende Okay Beide haben Wochenende Ich will hier fliegen irgendwo Irgendwas ist hier dreckig Warum? Ich sehe immer nix Hör Hast du schon sauber gemacht? Was zieht die eben vor? Achso, sie hätte gerne Couch, ne? Ja Das ist eine gute Idee Da eine Couch hinzustellen Würde das dann hinpassen? Äh Das würde, glaube ich, nicht passen Wegen den Stühlen Hm Vielleicht da so einen Sessel hinpacken Wollen wir mal Geht das? Gucken wir mal So einen schönen, gemütlichen Sessel Wisst ihr? So einen Zum Chillen Hm Oh ne, wir haben nicht mehr so viel Geld Hier so einen einfachen erstmal Hm, so So, heute wird der Platz Dann würde er gut hinpassen So, zack Wunderbar Weiter geht's Dann haben wir da einen schönen Sessel Können sich das gemütlich machen Hm, so Was macht sie jetzt gerade? Äh Tagebuch schreiben Okay Sitzen Die Grächer machen Ja, sitz Und mal hier Jetzt überhören Mach es mal gemütlich So, was macht er jetzt? Ja, die Zeitung Alles klar Okay Wollen wir wieder auf die Hand dran So, dann mal auf die Letizierung Das kann er ja nicht alleine machen, ne? So, was macht sie jetzt? Die sitzt da jetzt Okay Energie Okay, warte mal Sitzen Irgendwann die Grächer Oh ja, ist doch schön Cool, ne? Ah, schön Ich bin ein bisschen neidisch Das würde ich jetzt gleich auch gerne tun Schaffen ist wohl nicht mehr Dass ihr hier noch das Baby kriegt Jetzt noch in dieser Folge So Da haben wir beide zu Hause rum, ne? Ich wollte jetzt Die Schwangerschaft wollte ich jetzt auch nicht groß durch die Gegend reisen Aber Ihr habt ja gesehen Man kann irgendwie Reise Auf Reise gehen Das werden wir alles mal ausprobieren Ja, ich habe alle frei Ist ja auch klar So Malenka Äh, ich habe zu spielen Gehen wir mal ein bisschen spielen Ja Ach, ich habe die falsche Person jetzt Ja Ne, Lippenbad Warum? So dreig bist du noch gar nicht Aber du magst dieses Schwulebad wahrscheinlich So entspannte ich ihn einfach Mh Ach, okay Lauf gleich davor auf die Täter die Gegend Mh Wo siehst du denn das entspannt Mh Mh So steunen wir einfach rein Okay 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 Ah, klar Ah, da hat sie schon Okay Alles klar Was? Nichtschen aber Hm Lippen, klopp Hm So, sie hat schon wieder Hunger Ne, Gila, wieso So sollte sie, äh Snack-Knappen-Süßigkeiten Mittag essen Könnt ihr mal ein Sandwich Könnt ihr mal ein Sandwich Nun, dann solltest du dich auch ein bisschen schlafen legen Na, mach mal ein Sandwich rein Verschleunigung Steht mal ab, das ist eigentlich Weil die Energie ist echt ganz unten So sollte sie hochgehen und schlafen So So, wie sieht es mit den Heersteiner aus? Energie ist hier bei 50 Prozent Wäre noch okay Ähm, hopp Da sie ja nicht alleine schlafen Sondern jeder auch hier schlafen Zack Und den Computer aus Und seine Frau schlafen Ja, kommt Er kommt, da haben wir wieder einen Tag geschafft Und er da vorbeigeschlichen Naja Na, oder wie ich muss frei bleiben Da geht es um den Balkon Hier könnten wir nur einen Stuhl hinstellen Und irgendwas umsetzen Einfach Okay, oh Mann Warte Was ist da noch? Die kochen wir noch miteinander zusammen Autos Ja, tschüss Ja, dann würde ich sagen An dieser Stelle Bis demnächst Mal schauen, ob es bei der nächsten Folge was wird Dass die Familie dann Um eine Person größer wird Schauen wir mal Bis dann Euer Joggel Ciao